Welcome back. Nächste Technik. Ich lade euch ein, eine Zeitreise in die Vergangenheit mit mir gemeinsam zu unternehmen. Und in Zukunft genau diese Kunstfertigkeit gemeinsam mit euren Kunden. Eine Zeitreise in die Vergangenheit zu unternehmen, die wird euch in die Lage versetzen, bestehende Kaufstrategien, die sich bereits in der Vergangenheit bewährt haben, aufzusuchen, zu kopieren und in der Gegenwart anzuwenden. Nächste Technik heißt dann auch aus diesem Grund Revivikationstechnik. Revivikation bedeutet so viel wie Wiederbelebung. Ja, was will oder soll wiederbelebt werden? Eben wie eingangs schon erwähnt, bestehende, angenehm abgespeicherte, erfolgreich, als erfolgreich abgespeicherte Kauf- und Entscheidungsstrategien. Die Revivikationstechnik zeichnet sich aus durch dieses, oder wird gekennzeichnet durch dieses Symbol, der geschwungene Pfeil. Revivikation, die bewährten Kundenstrategien anzapfen und in der Gegenwart nachzupfen.